Herzlich willkommen bei Rubber Duck Shooting und heute sind wir beim Einschießplatz des HSV Bogensport Wiener Neustadt und heute wollen wir ein bisschen unsere Genauigkeit erhöhen und die Technik der Schüsse verbessern. Oh, ja, das ist ein Schatz. Untertitelung. BR 2018 Das war's. Das war's. Das war's. Was konntest du heute verbessern? Ich habe heute ganz was anderes ausprobiert. Ich habe heute probiert von einem Handschuh auf den Tab zu wechseln. Das ging nicht gleich gut, weil da hat es mir immer das Leder ins Gesicht gefetzt. Und dann habe ich auch meinen Ankerpunkt im Gesicht nicht mehr gefunden. Aber jetzt habe ich wieder auf meinen Handschuh gewechselt. Jetzt kann ich wieder in meinem Gesicht genau hier beim Knochen ankern. Und dann habe ich wieder ein besseres Resultat gehabt. Ich konnte mich dahingehend verbessern, dass ich gemerkt habe, wenn ich ganz ausziehe, dann kann ich den Auerhand treffen. Ich habe den Punkt gefunden, wo ich hinziehen muss. Und gleichzeitig, wenn ich dann ganz den Bogen spanne, dann geht's. Dann treffe ich ihn. Dann ziehe ich mich genau in die Mitte. Also nicht besser, du ziehst immer gleich viel aus? What? Ist es nicht besser, wenn der Auszug immer gleich bleibt? Ja, am Anfang war es mir zu anstrengend. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, ich muss das Ding jetzt doch besser treffen. Und dann habe ich mich halt angestrengt und habe ihn ganz ausgezogen. Meistens mache ich das nicht, weil das so viel Kraft kostet, mir nicht mehr zu anstrengen. Wenn ich treffe, dürft es mich filmen, wenn ich daneben schieße. Das ist ein Mess für eine Einstellung, bitte. Was darfst du jetzt? Ich will sie ehrlich, lass ein bisschen mitlaufen. Darfst du auch mitlaufen? Ja, aber wen nimmst du auf? Nein, Jana, Jörn, vorher euch beide. Natürlich. Tschüss.